Warum nicht nur die Klamotten der Marke Lacoste richtig teuer sind, sondern auch die Abmahnungen? Darum geht's in diesem Video. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Kläner. Ich bin Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei Kläner Rechtsanwälte hier in Koblenz. Wir sind unter anderem spezialisiert auf das Online- und Markenrecht. Wir haben da immer wieder mit markenrechtlichen Abmahnungen zu tun, insbesondere auch im Kontext mit der Handelsplattform Ebay. Und da hat uns ein Mandant kürzlich eine ganz interessante Abmahnung vorgelegt, der Kanzlei Gründer, Rechtsanwälte und Patentanwälte aus München. Und Auftraggeberin der Abmahnung ist die bekannte Firma Lacoste. Ja, Lacoste, die Marke mit dem Krokodil, die stellen hauptsächlich, das ist soweit bekannt, Bekleidung her. Und unsere Mandantin wurde vorgeworfen, er hätte auf Ebay Plagiatsware, also eine Fälschung, ein gefälschtes Lacoste-T-Shirt angeboten. Er hätte dadurch die Markenrechte von Lacoste verletzt und soll da eine Unterlassungserklärung abgeben. Also eine strafbewährte Unterlassungserklärung soll Auskunft erteilen, wo er die Ware herbezogen hat. Also über den Vertriebsweg soll Schadensersatz bezahlen und natürlich auch Abmahnkosten. Bei den Abmahnkosten, da geht es dann auch richtig ins Eingemachte. Ich hatte das eingangs schon mal gesagt. Nicht nur die Klamotten von Lacoste sind verhältnismäßig teuer. Die Abmahnungen sind es auch. Der Abmahner legt hier einen Streitwert von sagenhaften 500.000 Euro, also eine halbe Million Euro zugrunde. Und rechnet da schon eine Abmahngebühr aus in Höhe von etwa 5.500 Euro netto. Bei 5.500 Euro, da kommen natürlich bei unseren Mandanten Fragen auf. Warum ist das so hoch? Kann das so sein? Ist das möglicherweise rechtsmissbräuchlich? Ist das viel zu hoch angesetzt? Vom Abmahner ist das Geldschneiderei? Und ich finde diesen Streitwert auch ungewöhnlich hoch, muss ich sagen. Wir haben häufig mit Abmahnungen zu tun im Markenrecht. Und eine halbe Million Euro ist das schon eher die Ausnahme. Und wenn wir hier mal den Einzelfall angucken, da ging es um ein T-Shirt. Da ging es um Ebay. Geht es um das, was ja jeden Tag wahrscheinlich tausendfach so auf Ebay passiert. Und da hätte es wahrscheinlich auch ein geringerer Streitwert getan. Beziehungsweise da wäre weniger Streitwert wahrscheinlich angemessen. So, vielleicht sind Sie ja jetzt in einer ganz ähnlichen Situation. Vielleicht haben Sie auf Ebay oder auf Etsy oder sonst wo irgendetwas unter der Marke Lacoste verkauft. Und haben jetzt Post bekommen aus München. Und stehen vor der Frage, soll ich jetzt eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben? Welche Risiken hat eigentlich so eine strafbewehrte Unterlassungserklärung? Muss ich irgendetwas an den Abmahner zahlen? Soll ich hier diese 5.500 Euro Abmahngebühr zahlen? Wie hoch ist eigentlich der Schadensersatz, der dann noch gefordert wird? Und wir haben bei uns in der Kanzlei für diese Fälle eine kostenlose Ersteinschätzung für die Abgemahnten von Grüniker Rechtsanwälte. Und das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist uns Ihre Abmahnung einmal zur Verfügung zu stellen. Sie können die gerne hochladen über unser Online-Formular oder uns per E-Mail zur Verfügung stellen. Und wir brauchen dann nur noch einen gemeinsamen Telefontermin. Den können Sie ebenfalls online buchen. Oder Sie rufen uns an oder schreiben eine E-Mail. Unser Sekretariat meldet sich dann bei Ihnen. Und dann kommen wir in Kürze telefonisch miteinander zusammen. Optimalerweise natürlich innerhalb der Frist, die Ihnen da in der Abmahnung gesetzt wurde. Sprechen dann über Ihren Fall und finden hier mit Sicherheit die für Sie wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Sprechen dann über Ihren Fall.